was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnieren wir spielen noch der rambo 6 zusammen mit dem daluka dardos kundran und den sachsen let's player hallo ich hab dir eben schon gesagt ich wollte grad sagen er hat schon mehr vergessen wer von denen ist ein weib ähm mädchen ja nicht so eine ausdrucksweise glaub ich nicht die ist über level 100 muss ein kerl sein 139 meinst du dis alles klar schon wieder deutsche und sei doch mal ein bisschen weltoffen ja ich mag deutsche in den kommentaren und in den zuschauern und in der community aber in counter-strike und rainbow 6 als gegner spiele ich lieber gegen nicht deutsche ist halt einfach so sei mal ein bisschen weltoffen alles klar lass doch mal ein paar deutsch ins haus muss ich dem osten ja nicht sagen ich spiele lieber mit leuten als gegen leute ihr seid auch bei komplett weltoffen wo ich heute mit dem bus zum steuerberater gefahren bin da war ich ein ganz weltoffener mensch war fast alleine so ich lege euch ein paar matten hin das würde ich eins offen lassen dadurch eins offen lassen ja ich habe auch noch eine 3 eine drohne mit 40 schuss geholt das muss sich auch lohnen wirtschaftlich gegen die drohne begegner hat den biologen ich gehe in die dusche die zeit ha 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 der denkt dran futze kann halt umgestört ne oh ok naja wir haben ja keine geise kommt er durch diese dicke wand hier nie ne da futze doch echt da kann der durch kann ich direkt wenn er es jetzt rauf schraubt da durch schießen eigentlich nein das ist halt der nachteil bei kasse wenn oh oh da der hat oben aber nur aufgemacht ich bin down wieso bin ich down von wo ja vom dach oben die können durch einen ganz kleinen schnitz schießen nein was haben die denn so ne mlg taktik oh krass ok das war krass gemacht das war nicht die die aufgesprengt hat das heißt hier muss eigentlich noch wer sein aufgesprengt hat er eigentlich im nebenraum oh die sind immer noch auf den dächern oder mal ein bisschen Reflexe boy what the shit hat der was von mir gesehen hat er ja nicht schießen Das war der Wichser, der mich... Einer ist drinnen im Raum! Können wir das verhindern? Ich bin tot. Nö. Reingehen. Sonne ist vorbei. Er ist vorbei. Das war euer. So. Der war für euch. Ich hatte die Dienste. Ja, der andere hat halt abgedeckt. Es war doch nur einer im Raum. Und von uns waren noch zwei am Leben. Nein. Ja, du und noch einer. Nein! Hundran und Freezy sind an dem gestorben. Also nicht von dem drinnen wurden wir getötet. Das hat einer den Raum... Also den Gang abgedeckt. Wir brauchen auf jeden Fall Leute im Raum. Das waren ja Dardosch und Sachsen. Als die gestorben sind, muss dann wieder wer Neues rein. Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Garage. Ist das gut oder schlecht für uns? Viele mögliche Sterne. Ja, okay. Wir nutzen wir ja manchmal. Da muss jemand gesehen. Noch 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Ah, Sachse. Da kann er nicht zukommen. Einer gleich direkt in meine Kamera. Ah, scheiße. Wenn die falsch sind. Zwei sind oben. Warte Zeit. Wir laufen oben. Wirklich jetzt? Kommt man hier nicht über die Mauer? Kann ich nicht hier irgendwie links zu dem Hundesperr irgendwie? Scheinbar nicht. Behindert. Soll ich die Tür hier unten aufmachen oder nicht? Und bitte? Da oben ist auf jeden Fall jemand, ne? Also ich hab da Lungen an jemanden rum. Ich mach die Tür hier unten auf. Ich hab keine Ahnung wo genau die raus sind. Das hat es hier irgendwo angezeigt. Gut, das war jetzt zu weit aber. Kamera hier vorne. Nein. Kamera Spots merken. Für Service. Im Raum oben sind zwei. Hinter mir irgendwo. Hinter mir oben. Oh leil. Dass der mich nicht geholt hat. Fuck, fuck, fuck. Okay, ich dachte ich wär so ripp eigentlich. Warte mal, Sachse. Ja, zwei Verteilungssysteme hab ich geholt. Wie kannst du eigentlich? Das lässt doch hier leider. Ach, dann können wir nicht reingucken. Der guckt von oben auf die Tür. Okay, jetzt hat er mich abges... Ja, okay. Der Frost. Ist das von Jäger-Modul? Ähm, ich kann eins... Ne, kann ich nicht spoten. Der ist oben auf dem Geländer. Hinter dem gedeckten Geländer. Die Jäger-Modul sind schon mal weg. Immer noch einer auf dem Geländersee. Du triffst ihn fast da, du. Ich steck da grad durch, ne? Ne, das bin ich nicht. Ach so. Deine Drohne ist jetzt weg, die du hattest da. Ja. Ja. Braucht ihr leider meine. Ja, Sachse, du hast auch noch ne Drohne. Ich hab auch noch eine. Wirklich, genau. Hau die mal irgendwie rein, so ein bisschen. Dass ich da ein bisschen gucken kann. Ah ja, okay. Einer ist da links. Immer meine Drohne ganz kurz und guck, ob hier keiner hochkommt. Ähm, wo bist du? Da? Da. Okay. Wo? Einfach nur da ausgucken? Ja. Dass da keiner hochkommt. Für sich würde auf jeden Fall hier die Seite irgendwie aufmachen bei uns. Weil Haupteingang werden wir nicht reingehen können. Ich guck kurz auf die andere Seite. Ich sehe zwei. Zwei sind markiert. Ja, der ist down. Ach, jetzt ist sie down. Eine liegt. Eine liegt. Genau. Er liegt. Ja, ist down. Einer oben. Zwei oben. Beide oben. Beide oben. Einer rechts, einer links. Ja, ich treff die da nicht richtig. Beide oben? Und mich, heißt einer ein C4 von unten aber angeschmissen. Nein. Der hat das C4 von oben droppen lassen. Wenn du dir in die Kamera gehst, siehst du den da oben direkt. Ja. Die sind beide sehr nahe, 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 nahe. Du kannst nicht durch das Gitter schießen. Du musst ihn direkt treffen. Du kannst nicht durch das Gitter schießen. Wo hat er denn durchgeschossen? Er ist ja auch an dem Ding vorbei. Jetzt müssen wir drei in Folge gewinnen, ne? Würde sie sich empfehlen, ja. Okay, let's do it. Okay. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio gefahren werden. Ja, hätte besser rausgegeben können. Die Platten weitergeben. Matten liegen frei. Ich kann noch nicht um die liegen. Und... Oh. Das ist einfach mal zehn Punkte Abzug. Dafür würde ich das leere Ding kaputt machen. Kommt noch ne Drohne. Sie haben sie nicht gefunden, ne? Doch, die haben mich aber im Keller gesehen. Ja, die wissen wo es ist, aber... Wo sind aber trotzdem. Gibt Punkte. Na, ich bleib mal im Raum drin mit Rook, wa? Shit. Wo war denn hier nochmal die Luke? War hier oben nicht eine Luke eigentlich? Schön. Hier war auch immer eine. Ja. War die nicht früher da? Weil... Hast du das im Blick, sagst du? Also die Treppe da? Oder... Können die da kommen? Wenn ich tot bin, dass das Endes Reiner ist und so. Also du musst erst... Ah, okay. Du bist da. Okay. Ich wusste nicht, ob du da bist. Einer liegt am Billardtisch. Achso. Okay. Der kommt jetzt die Treppe... Der ist Richtung Treppe gegangen jetzt. Ich habe allerdings nur einen da gesehen. Mehr nicht. Ist Hardcore angeschossen. Hätte jetzt gleich zu mir hier runter kommen. Granate doch nicht. Okay. Okay, Kapital ist jetzt. Oder entdeckt. Ah, Fuse. Nochmal. Ich habe da die Treppe auf jeden Fall ein bisschen... Hauptsache da hinten nicht zeigen. Außer mit Zermatt kommen muss er nicht durch die Decke durch. Sagst du nimm mal die Kamera in der Garage bitte. Weil wer auch immer tot ist. Drohne habe ich. Ist nichts. Wo war das? Wo war das? An der Seite von euch. Von der Garage aus. Der hat gefressen. Der hat gefressen. Er lebt noch. Schön. Noch einer da. Schön. Noch einer in der Garage. Hat mich. Genau auf meinem Todespunkt ist er. Ja. Lol. Wie er das weiß. Du hast doch voll reingeguckt. Ja, was heißt reinguckt? Er hat aber nicht geguckt. Es gab doch nur den einen Gang. Einfach zurückbleiben. Die haben müssen. Er konnte doch nur in die Richtung gucken. Ja, aber up aimen. Scheiße. Er kommt vorwärts. Ja. Könnte schon in einem Loch sein. Da sehe ich nichts. Oh nein. Nein. Arling. Mal schlafen. Ein Gegner verbleiben. Guck mal Keening da. Er kommt von rechts. Komm rein. Er kommt rein. Rechts durch die Tür. Rechts durch die Tür. Jetzt. Was? Puh. Ein anderer. Naja. Was sei denn? Da macht das Ruhkreuz. Auf geht's. Zwei noch. Ich probiere ihn heute. Fius. Wie. Als die Witter gerastet sind. Einfach. Lass uns rein. Wie von oben hinein. Ja. Das ist auch wieder. Ja. Für die du darfst dann nicht irgendwo. Versuchen was zu holen. Du musst zwingend. Schatz. Lass uns einfach auch oben drüber reingehen. Also sprich da wir die Zwecke gekämpft haben. Die Wand aufschieben. Ja richtig. Das meine ich mit Freezy darf nicht irgendwie versuchen. Die Killzone. Eigentlich müssen wir die Garage, die linken beiden Tore aufhören, weil dann kannst du von oben nicht runter gucken. Sind die oben egal. Nice Wissi. Wo soll ich am besten mit dem Spielballern von oben, oder? Finkt nicht viel, die werden wieder Jäger haben. Oh, die haben Jäger. Die ist erstmal gar mischt. Der Jäger fängt ja das Zeug ab. Ja, aber nur doch da, wo er die Sache positioniert hat, oder? Ja. Und wenn ich das von oben reinballere, dann streut das doch ganz schön, oder nicht? Ja, zwei Fänge trotzdem ab, ist schon groß. Okay, okay. Wir müssten die Garagentore aufkriegen. Das Fenster hier war schon kaputt. Hier links von mir sind auch Steps. Was? Ich dachte mal. Ist sowas drin? So weit. Nö. Die Schnelle ist ja nicht. Ist aber auch gemiudelt. Er hat auch auf der Treppe lungert, die all da rum. Hier. Oh, einer ist weg. Den Raum hast du gecheckt? Ne, da ist auch jemand drin, da links. Nein, das ist die Treppe. Achso. Raum selbst. Gib uns mal ne Kamera. So. Freezy, du müsstest hier auf jeden Fall dann irgendwann aufmachen. Du darfst davon nicht sterben. Soll ich auch machen? Guckst du auf die Treppe? Da. Aber noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Flash? Ich hab einen mit dem Brandpfeil erwischt. Durch den Schlitz. Die Wände sind gejammt. Kann ich nichts machen. Ich kann neu machen. Ich hab noch eine Granate. Hab ich noch. Ja, komm. Jetzt haben wir hier aus dem dritten Raum rum. Und go. Sag mal du es aufhaben willst. Ja, mach. Immer noch gejammt. Andere Seite. Er hat wieder neu aufgestellt. Andere Seite. Beide gejammt. Sind die Garagenproke jetzt unten nicht mehr gejammt. Mach die untere Garage auf. Versuch's nochmal. Ich guck nicht mehr die Treppe nach. Ja, mach die untere Garage auf. Ja, deswegen bin ich ja hier. Ich lade nach. Mach unten die scheiß Garage. Hier raus. Aktiviert ohne. Ganz linkes Garagentur. Kann ich hier irgendwo mein Fuse reinballern? Ich will das echt loswerden. Ja. Zwei noch. Ja. Du hast noch, oder? Ja. 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 Er war oben. Ich bin in der Band. Ich hab's nicht geschafft, die kaputt zu machen. Heb mich mal aufschwell. Sagst du, er ist oben. Sicher ist sicher. Ja. Mal hit. Er ist fast down. Er ist fast down. Er ist oben. Oben in der Mitte. Lange gerade. Nicht in der Ecke. Lange gerade. Ist links von dir. Ja. Ja. Puh. Attack. Der Brandpfeil war da sehr geil. Weil den konnte ich so bis über die ganze Gerade durchschicken. Jo, das war schon mal ein guter Anfang. Ihr Schild oder euer Twitch? Machen wir hier das Schild. Ja. Wollen das hier gewinnen. Ich hab mir, ja, ich hab mir für die Twitch damals irgendwie so ne Ritterrüstung gekauft. Das war noch nie mein Satz. Klingt ja nix. Der Charakter hält ja nix aus. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Jo, stimmt. Das wär geil, wenn der mit der Ritterrüstung auf einmal viel aushalten würde. Diesmal nicht Garage. Guckt einer unten? Da sind unten. Ja, da sind unten. Auf jeden Fall wird der Dings hier. Jäger. Jäger. Der Jäger ist aber noch oben unterwegs. Keine Ahnung, was der macht. Kommt nicht hier hoch? Also die Treppe ist da hoch. Kommt nicht, ok. Ja, das hier. Hallo. Ich muss mal kurz in die Probe. Hier aber. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgutbehältern. Nicht überraschen lassen von irgendwem. Nicht überraschen lassen von irgendwem. Könnten wir eigentlich machen. Jetzt zack zack. Sprünge mal. Da ist hier links. Hm? Hier. Bitteschön. Da eigentlich hier vorne aufmachen direkt? Ja, eins von den beiden. Warte, lass mich. Ich schicke ne Drohne rein, sagst du. Ich hab da ja ne Drohne. Achso. Gut, wenn du. Na, ich falle. Ja, gut. Ich weiß nicht, dass die Postmuthers raus ist, deswegen. Ok, der Gang selbst ist safe. Ist da zu? Hängt ne Kamera oben. Hinter der letzten Windung ist ne Kamera. Ok. Oder? Ach ja, hier. Hast du? Ok, die wissen, dass wir hier sind. Sag du, da stehen? Ich geh wieder in meine Kamera rein. Mhm. Hallo, hier war ein Teil hier. Das hat noch irgendeine Kamera, der grad noch hier hinten ist? Mhm. Ich hab meine Kamera. Rechte Seite stehen die. Grüsi, wie sieht es bei dir aus? Wie kommst du voran? Sie ist gefunden. Keller. Ja. Wie sie ist ruhig. Okay. Über die Geraderoin nicht gehen, da wurde ich grad schon gespottet einmal. Ah so? Jetzt. Huch, hi. Ready? Brauch halt ne Kamera, sonst komm ich nicht in das Haus rein. Ich hab leider keine Kamera mehr. Hallo? Hallo? Ja. Waffen? Einer da. Ja. Schön. Ja, ich jetzt so vor und dann so ein bisschen taktikmäßig links, rechts. So, ne? Ja, das war's. Ja, ja. Okay. Ich geh rechts und du guckst nach links raus. Okay, von mir gerade aus. Von mir gerade aus direkt einer. Links, rechts seh ich jetzt noch nicht. Ja, dein Schild hat auch meine Füße gebrochen. Echt? Direkt wie wir? Ja, ich hab ja auch einen mitgenommen. Ich hab das fürs Team gemacht. Wo genau ist der? Warte. Ah! Hab's hier! Haha. Der, der, der da sprintet einfach auf mich zu? Ja, ja. Holy shit. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, komm. Warte, komm, komm, komm. Okay. Ja, hab's zusammen gesackt. Krass, wie die Sicherung brauchen auf das Schild zu kommen. Siehste, kann wir exigen mit Ansagen, nice. Die Piraten haben gewonnen, Leute. Wer war dran? Der Fritzi, oder? Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Schaut bei den anderen vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau.